Verwenden Sie immer noch einen USB 3.0-Hub. Zeit, ihn zu ersetzen. Der USB-C-Hub von Inatec verwendet das Protokoll USB 3.2 Gen 2, das doppelt so schnell ist wie USB 3.0. Die Datenrate eines M2-Laufwerks kann mit USB 3.0-Hubs nur bis zu 400 Mbps erreichen, während sie mit dem Inatec KB20 25 bis zu 850 Mbps erreichen kann. Das 100 cm lange Kabel erleichtert den Anschluss des Hubs an einen Desktop.